Daniel, lass mal ein WhatsApp-Video machen. Kann jetzt nicht. Alter, da ist ein Taubsi! Da ist ein Taubsi! Fuck. Tanz. Ja, servus. Wir lassen uns jetzt erstmal ein bisschen gut gehen. Die Tour war sehr anstrengend, aber sehr geil. Unser Trip nach England war sehr geil, aber auch sehr anstrengend. Deshalb mal ein bisschen G'dechen machen hier. Was wir da so erlebt haben, in einem kleinen Rückblick, zeigen wir euch jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist klar. So cool. Und dann geht es jetzt mit einem Schatten und einem Schatten. Und dann geht es jetzt mit einem Schatten. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das wird richtig geil, da freuen wir uns drauf. Am 5.11. spielen wir in Schweinfurt bei der Hatreds Abschiedsshow. Leider machen die es nicht mehr so. Die sind auch alt. Aber den treten wir nochmal richtig schön in den Arsch zum Abschied. Und am 19.11. sind wir wieder zurück in der Garage nicht, aber im kleinen Club in Saarbrücken für unsere Homecoming-Show mit dem großen Comeback von Berserk Inc. Wer nicht da hinkommt, der braucht auch nix mehr. Das war's auch schon für heute. Jetzt trinken wir ein Bierchen. Wenn euch das gefallen hat oder ihr es total mies fandet, kommentiert unten, liked, wenn gefällt. Und ansonsten Hasskommentare sind immer willkommen. Mögen wir sehr gerne. Aber passt auf, sonst wäre der Verklag irgendwie von irgendjemandem. Polizei irgendwie. Ne, aber schaut euch unser Zeug an, kommt zu den Konzerten. Wir freuen uns, euch immer zu sehen. Bringt Bier mit und freut euch eures Lebens. Cheerio. Am 05.11. sind wir mit Schweinfurt in der Mitte. Das sieht sehr natürlich aus. Am 20.08. sind wir in... Ne, wir haben auf der Tour auch mitgefilmt und das Video dazu zum Demon Live haben wir... Oh nein. Schnell schon raus, ich weiß nicht irgendwas. Hallo! Schnell schon raus, ich weiß nicht was, 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 ich Vielen Dank.